Hallo, mein Name ist Sabine Springer. Ich grüße euch aus eurem Benetton-Stor in Augsburg. Wir sind ein inhabergeführtes Geschäft, das heißt, wir haben selber für euch die neue Frühjahrs- und Sommerkollektion geordert. Und die wartet jetzt drauf, dass sie von euch gekauft wird und natürlich auch, dass sie bezahlt wird. Ja, und da geht es jetzt schon mit los. Wir brauchen eure Unterstützung. Und genau durch diese Plattform Rette Deinen Lieblingsladen habt ihr die Möglichkeit, bei uns Gutscheine zu kaufen, um uns ein bisschen zu unterstützen, dass das weitergeht und dass wir so stark wie möglich aus der Sache rausgehen. Wir würden uns auch wahnsinnig freuen, wenn ihr nach dem ganzen Wahnsinn zahlreich zu uns in den Shop kommt, euch die neuen Sachen anschaut und wir uns bald gesund und Wohlgemut wiedersehen. Danke schön.